Ja, herzlich willkommen zu Pflege im Blickpunkt. Heute mal mit einem noch ernsteren Thema als sonst. Und zwar gab es heute das Urteil des Verfassungsgerichts bezüglich der Sterbehilfe. Kurzer Rückblick, 2015 wurde praktisch ein Gesetz verabschiedet, das gesagt hat, die gewerbliche Sterbehilfe ist verboten. Da geht es im Wesentlichen darum zu sagen, okay, es gibt diese Sterbevereine und es gibt Unternehmen, die finanziellen Gewinn daraus ziehen, beim Sterben zu helfen, dass das verboten ist. Das heißt also, man hat im Prinzip nur die Möglichkeit auf ärztliches Gutwill in irgendeiner Form dabei unterstützt zu werden und das ja auch nur in passiver Form. Jetzt ist das gekippt worden, das heißt, im Wesentlichen erstmal gibt es noch keine Veränderung, weil es gibt erstmal den Auftrag an die Bundesregierung, das neu zu regeln. Theoretisch ist es aber jetzt durch das Urteil erstmal wieder erlaubt, so lange bis es neu geregelt ist. Wichtig ist hierbei, dass es halt auf den Weg gegeben wurde, die Selbstbestimmung soll halt hier im Vordergrund stehen. Ja, und da muss man jetzt gucken, wie es da weitergeht. Natürlich gibt es Konzerne, hier gerade aus der Schweiz, wo es das schon gibt, die praktisch nur darauf warten, den deutschen Markt auch erobern zu können. Aber gut, wir werden sehen, was passiert ist, können wir jetzt nicht beurteilen. Was jetzt natürlich interessant ist zu dem Thema, wie steht ihr zum Thema Sterbehilfe? Ich persönlich muss sagen, aus der Erfahrung, es kann sicherlich bei einigen Patienten, Bewohnern, Hospizbewohnern, wie auch immer, hilfreich sein, weil es für manche tatsächlich eine reine Qual ist. Allerdings muss man hier vorsichtig sein. Ja, also nur, weil es für uns so aussieht manchmal, dass es eine Qual ist, ist es für denjenigen vielleicht keine. Da ist immer die Schwierigkeit, inwiefern kann er sich noch äußern, inwiefern ist das, was er sagt, hat das noch Gültigkeit. Also gerade, wenn man jetzt Demenzpatienten sich anschaut, gibt es eine Verfügung. Ja, also da muss man viele, viele, viele Sachen beachten. Grundsätzlich würde ich es aber nicht verbieten wollen. Also ich denke, dass es in Einzelfällen durchaus Sinn macht. Aber was denkt ihr darüber? Ja, seid ihr mit dem Thema schon mal in Berührung gekommen? Ich denke, viele, die gerade mit älteren Leuten in der Pflege zu tun haben, sind das sicherlich schon mal in Berührung gekommen. Vielleicht auch mit Wünschen von Patienten bezüglich der Sterbehilfe. Und ja, was glaubt ihr, könnte sich eventuell mit diesem Urteil für euch ändern? Ja, das sind so meine Fragen, die ich euch mit auf den Weg geben will und bis zum nächsten Mal. Die Die